Meine Damen und Herren von der Presse, es gibt zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist gemeinsam mit Ihnen, zweite Möglichkeit ist ohne Sie. Lügenpresse! Bitte, das wird gelöscht. In meinem Beisein. Lügenpresse! Hör doch nicht da! Halt die Straße! Hey, Vorsicht! Fänt doch da drüben ist es rinke Drecksmark! Lügenpresse! Hügelböller! Das war's! Das war's! Das war's!